Hoi, ich bin Sammy und ich freue mich, dass du dieses Video schaust. In unserer schnelllebigen Zeit brauchen wir alle Momente, in denen wir aufatmen und refreshen können. Geh dir etwas Gutes und lass dich erfrischen. Vom 10. bis 13. November, Donnerstag bis Sonntag, gibt es für dich die Möglichkeit, an drei Tagen und an einem Morgen Impulse gehören zu spannenden Themen wie Wie viel ist dein Leben wert? Wenn du möchtest, darfst du dich an den Übungen mit einem kostenlosen Znacht verwöhnen lassen. Znacht gibt es ab 20.30 Uhr und die erfrischten Impulse starten am 8 Uhr. Am Sonntag geht es am 10 Uhr morgens. Das Ganze findet im 10. pro Suisse in Bauma statt und ist für alle, ob jung oder alt. Anmelden musst du dich nicht und kosten tut es für dich auch nichts. Mehr Informationen findest du auch online. Am 10. bis 13. November. Schreibt dir die Termine ein und bis bald!